Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Enslaved. Ja, mittlerweile sind wir hier in diesem Theater angelangt und ähm... Tja, Trips nörgeln haben wir es zu verdanken, dass wir uns jetzt die Powerzelle, die da oben drin ist, besorgen. Und äh, ja, Monkey darf wie immer mal wieder fürs Grobe herhalten. Vorher würde ich aber noch gerne ein bisschen Geld einsammeln, wenn man so will. Okay, wo komm ich hier wieder raus? Hier, okay. Ich will nach oben, ich will die Dinger haben. Sag nicht, ich kann den nicht wieder hoch, doch. Da, nein, nein, ach egal, okay, scheinbar kann ich das nicht. Dann kümmern wir uns gleich erstmal um die Mechs. Erstmal gucken wir, ob hier noch was Schönes ist. Sieht nicht so aus. Sieht so aus, als ob das damals, weiß ich nicht, wahrscheinlich Orchestergraben oder sowas gewesen ist. So, der hatte glaube ich irgendwie eine Schwäche oder so, ne? Ja, da ist Tripp. Dann freezen wir den mal. Boah, sauber. Ich dachte grad schon. Scheiße. Scheiße. Das war dumm. Oh fuck, Alter, ich bin gleich weg, ich bin gleich weg, ich bin gleich weg. Okay, schnellstens Hellspeck holen. Sehr schön. Was? Ich hab nichts mehr. Jawoll, geht doch. Was? Nein, 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 keine Reinforcements. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Keine Reinforcements. Oh, Schwein gehabt, Alter. Oh, Schwein gehabt, zum Glück hat der keine Reinforcements geholt, ey, sonst wär ich ziemlich gearscht gewesen. Boah, dafür ist mein Leben jetzt schon wieder fast unten, ey, leck mich am Arsch. Bitte hier liegt noch irgendwo ein anderes Hellspeck rum. Bitte, 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 bitte. Oder ja, es gibt noch irgendwelche anderen tollen Goodies. Komm her. Ja, ja, Tripp, ich bin gleich wieder da. Ich will noch ein wenig erkunden hier, die Bühne. Ich will mich verarschen, hier gibt's nichts irgendwie zu holen. Hm, leicht enttäuscht. Tripp, wo bist du? Da vorne, okay. Okidoki, gibt's hier sonst noch irgendwo was Schönes zu holen? Nicht, okay, dann folgen wir jetzt mal Tripp. Tripp, 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 Tripp. Sag nicht, du kommst nicht hoch, ich muss dich hochwerfen. Scheint fast so, wa? Oh, ups. Oh, ich will nach da hinten, wie komm ich... Wahrscheinlich von da oben, okay, alles klar. Ja, tja, schade Tripp, ich bin zwar grad ein wenig Arschloch-mäßig unterwegs, aber... Wieso kann ich hier nicht runter, soll das ein Witz sein? Ich muss doch irgendwo da drauf kommen, oder da runter kommen, besser gesagt. Alter, wie zum Geier kommt man da hin, wollt ihr mich verarschen? Hier kann ich auch nicht runter, ey, wie behindert ist das denn bitte? Ich will da hinten hin, ich will die Dinger kriegen. Aber das kann ich nicht. Jetzt zumindest noch nicht, mal gucken, ob's später geht. Vielleicht müssen wir wahrscheinlich erst noch irgendwas machen. Erstmal Tripp mitnehmen hier, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. Oh. So, wo musste man die jetzt nochmal hochschmeißen? Ach, da hinten, genau. So, Tripp, dann kümmer du dich jetzt gleich mal schön um die olle Powerzelle, die mich null interessiert. Mich interessieren viel mehr die Goodies. Ach ja. Oh. Ah. Ich frage mich, was an den Dinger so toll ist, was die einem bringen. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen Upgrade, in welcher Form auch immer. Oh, das ist wieder eine von den Visionen. Was hast du gesagt, Monke? Oh, nichts. Ich werde etwas ausprobieren. Okay. Okay, ich denke, ich kann das tun. Ja, mach mal. Der Powercell ist durch ein elektronisches Lock. Wie zum Geier kann ich da vorne hin? Ich will die Viecher haben, um alles in der Welt. Ich hoffe, wir haben ein paar Minuten. Kann ich hier nichts irgendwie? Nein, hier kann ich nur nichts aktivieren. Schade eigentlich. Ja, egal. Dann gehen wir erstmal wieder zurück hier. Ey, nicht so lahmfüßig hier, Monke. Was los? Hallo, runter, bitte. Okay, jetzt muss ich rückwärts laufen. Das war gerade ein wenig verwirrend. Volles Theater? Oder was sehen wir jetzt gleich? Ja, ziemlich. Aber der Typ sah komisch aus. Das war gerade ein wenig verwirrend. Oh, schade. Monke, wo bist du? Schau dich mal. Ich glaube, dass einer von ihnen drin ist. Oh Gott. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich denn? Spotlights on für Monke. Schau dich auf. Schau dich auf. Oh ja, das... Robodoc ist wieder am Start. Oh, so leicht. Was? Oh, so leicht. Oh, so leicht. Oh, so leicht. Ich bin im Foto-Theater. Ich bin im Foto-Theater. Ich bin im Foto-Theater. Ich bin im Foto-Theater. Wer ist bereits mürzlich und wundern und blöd in Grün. Ich bin im Foto-Theater. Wer hast du gemacht, du bist... Du bist im Foto-Theater. Was? Alter, was? Wo kann ich hier lang oder nicht lang? Monke, ich habe eine Idee. Es gibt einen Schraub. Ich kann es den Puch auf den Puch und es in die Weile holen. Ja, mach das. Geil. Okay. Doch, sehr lustig. Hm? Nein, nicht da hinten lang. Das wollte ich jetzt nicht. Wofür? 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 Okay. Siehst du die Schrauben? Sie kontrollieren die Lichterrechte. Es gibt drei davon. Und wenn du sie mit dem Schrauben einladen kannst, dann kannst du es überkommen. Okidoki. Ok, ich kann von hier noch nicht abspringen. Oh, ich will aber da unten hin. Ich will da unten hin. Ich will da unten hin. Ja, geht nicht. Dann müssen wir jetzt erst ein bisschen Lichter ausrichten spielen. Ich will an diese scheiß Goodies, ey. Oh, ups. Oh, Hundi, äh... Hat mittlerweile keinen Gefallen mehr im Theater. So, wie kann ich jetzt weiter, ist die Frage. Warum kann ich nicht da sein? Ja, sagt es du bereits. Oh, sorry Leute, da ruft grad wer an. Kann ich ja rübersch... Ja, Wahnsinn. Es geht. Ich weiß nicht. Es ist Teil dieses... Untertitelprogramms. Warum kann ich nicht da hinten hin? Kann man das mal wieder sagen? Ich will... Oh, das regt mich jetzt schon wieder leicht auf. Wow. Krasser Sprung. Das ist eine gute Frage. Wohl kann man hier... Oder muss man hier irgendwo lang? Ich glaube schon fast ja, oder? Ja. Komme ich da irgendwie hin? Oh, bitte, ey. Ich will... Jetzt habe ich die Dinger wahrscheinlich alle... Oh, ne, doch nicht. Ich muss... Ah, geil. Man kommt hier auch lang. Sehr schön. Ja, jetzt weiß ich glaube ich... Wie ich laufen muss. Oder... Vermute ich zumindest. Ähm... Hm, 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 hm. Ich will diese scheiß Goodies haben. Ich will die haben. Ich muss nur erst gucken, wie ich da hinkomme. Ich muss nur erst gucken, wie ich da hinkomme. Ah, ja, sauber. Doch. So klappt es, glaube ich. Ja. Super. So, jetzt muss ich nur noch sehen, selber Weg wieder zurück. Und jetzt muss ich nur sehen, dass ich den Rest irgendwie wieder hoch bekomme. Also ganz hoch quasi, dass ich von hier dann einmal komplett rüberspringen kann. Hallo, Monkey, springen! So, jetzt muss ich wahrscheinlich... Hm. Ich geh nochmal nach hinten kurz. Der war nämlich gerade oben, oder? Verdue ich mich da jetzt. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, ich frag mich jetzt gerade... Ah, okay, doch, ich kann hier lang. Wieder zurück. Ja, alles klar, das war ein relativ simples Rätsel. Aber mir war eh alles scheißegal, außer die Goodies. Hauptsache ich kriege meine Goodies. Und ja, jetzt ist es eigentlich simpel. Nur geradeaushüpfen. Hahhhöhööööööööeööööööööööööööö Warum habe ich nur das Gefühl, das halte nur temporär auf? Oh ja. At least I got my goodies. Hey, warte, warte. Wir können es schaden. Are you crazy? Scan, the dog, it's not even dead. Trust me. Okay. Let's go. Mhm. Aha. Lange Blicke in die Augen. Bahnt sich da was an? Ich glaube, das war sogar Romeo und Julia, das Theater da gerade. Chapter 5, The Crash Site. So, jetzt kann ich quasi sagen, ab hier habe ich gespielt. Das heißt, ähm, das Let's Play ist ab hier ungefähr blind für mich. Also, alles kannte ich schon bis hier und ab jetzt kenne ich nichts mehr. Von daher würde ich sagen, ähm, machen wir unseren Weg über die Brücke in der nächsten Folge Endslade. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Wiederschauen. Und rein. Und rein.